Heute schauen wir uns wieder 4 wahre Geschichten von Reddit an. Wie immer kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du die Geschichten hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Diese Geschichten habe ich gestern aufgenommen, während ich das Video hier gedreht habe. Also während ich sie vorgelesen habe, haben mir die ganze Zeit irgendwelche Stimmen gesagt, ich soll böse Dinge tun. Check das Video unbedingt ab, wenn du es noch nicht gesehen hast. Viel Spaß mit den Geschichten und fangen wir an. Der Blonde Dies geschah vor etwa 3 Jahren. Ich wohnte mit einer Mitbewohnerin zusammen, ging zur Schule und war etwa 22 Jahre alt. Es war ein Abend mitten in der Woche und meine Mitbewohnerin hatte mir mitgeteilt, dass sie in einen Club gehen und bei einem anderen Freund übernachten würde. Sie hatte mich eingeladen, aber ich hatte nicht wirklich Lust hinzugehen. Stattdessen nahm ich mir vor, zu Hause zu sitzen, Reality-TV zu schauen und Hausaufgaben zu machen. Gegen 22 Uhr ging ich zur Tankstelle, um ein paar Süßigkeiten und Energydrinks zu kaufen. Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag, denn ich war ziemlich früh aus dem Unterricht gekommen und hatte mir gerade die Haare gemacht. Ich fühlte mich ziemlich selbstbewusst und süß. Ich ging in die Tankstelle und da waren drei Typen, wahrscheinlich um die 20, die nur herumlungerten. Sie sahen aus wie ganz normale Verbindungsstudenten und ich erinnere mich, dass einer von ihnen zottelige, blonde Haare hatte und tätowiert war. Ich bemerkte, wie einer von ihnen den anderen anstupste und in meine Richtung nickte, als ich meine Snacks aussuchte, aber ich beachtete sie nicht weiter. Sie bezahlten vor mir und ging. Nachdem ich meine Sachen geholt hatte, ging ich zum Parkplatz und sah sie in einem verbeulten, beschissenen Auto sitzen und alle drei schienen mich anzustarren. Ich sprang in mein Auto und fuhr zurück zu meinem Haus und sie starteten ihr Auto und folgten mir. Ich dachte mir nicht viel dabei, weil ich annahm, dass sie wahrscheinlich nur in dieselbe Richtung fuhren wie ich. Ich wohnte jedoch ziemlich tief in einem Wohngebiet mit vielen Kurven und nachdem ich eine Minute lang gefahren und mehrmals abgebogen war, bemerkte ich, dass sie mir zu folgen schien. Ich wurde nervös, da ich wusste, dass ich allein zu Hause war, also fuhr ich weiter an meinem Haus vorbei. Ich fuhr aus der Nachbarschaft heraus und zurück auf die Hauptstraße und sie folgten mir immer noch. Ich fuhr noch eine Weile weiter. Dann wurden sie schneller und kamen immer näher. Dann fingen sie an, mit der Lichthupe zu blinken, hielten neben mir an und kurbelten ihr Fenster herunter. Der Teil von mir, der an die Menschheit glaubt, dachte, habe ich einen platten Reifen oder so? Aber als ich rüberschaute und sah, wie sie mich anglotzten, wusste ich, dass es nichts dergleichen war und ich geriet sofort ein wenig in Panik. Wir befanden uns jetzt auf einer verlassenen Strecke und sie wichen aus, als wollten sie in mein Auto krachen, aber ich beschleunigte einfach. Alles, was ich denken konnte, war, soll ich zur Polizei fahren? Das ist etwa 15 Minuten von ihr entfernt und auf dem Weg dorthin gibt es eine Menge Ampeln. Was ist, wenn ich anhalten muss und sie mein Auto blockieren oder so? Glücklicherweise befand ich mich zu diesem Zeitpunkt schon in der Nähe des Hauses meiner Schwester. Meine Hände zitterten und ich versuchte, die Straße zu meistern, während diese Idioten immer schneller und langsamer wurden und versuchten, mich von der Straße zu drängen. Ich nahm mein Telefon und rief meine Schwester an. Sie nahm nach dem vierten Klingeln ab. Ohne Vorrede fragte ich sie sofort, ob Josh, ihr Mann, zu Hause sei. Sie klang verwirrt, sagte aber ja. Josh ist mein Militär und ich wusste, dass er Waffen besitzt. Er ist ein guter Kerl, aber wir haben nicht wirklich viel geredet und ich habe mich ihm nie besonders nahe gefühlt oder so. Sag ihm, er soll seine Waffe holen und bitte in die Einfahrt kommen, sagte ich und war den Tränen nah. Ich ließ das Telefon fallen und einer dieser Scheißkerle warf etwas, ich glaube eine Colaflasche aus Plastik, gegen mein Fenster auf der Fahrerseite. Als sie in meine Nähe rasten. Schließlich sah ich das Haus meiner Schwester und fuhr in ihre Einfahrt. Das ganze Haus war dunkel. Kein Licht auf der Veranda. Gar nichts. Ich war so am Arsch. Ich hatte sie wohl falsch verstanden. Die war nicht einmal zu Hause und es gab keine Nachbarn, die nahe genug waren, um zu ihnen zu laufen. Die Jungs fuhren hinter mir vor, sodass ich nicht mehr rückwärts aus der Einfahrt fahren konnte und sie sprangen alle heraus. Sie liefen alle auf mein Auto zu und einer von ihnen griff sogar nach dem Türgriff und riss daran. Zu diesem Zeitpunkt tastete ich schon wieder nach meinem Handy. In dem Sekundenbruchteil, in dem ich aufblickte, passierten zwei Dinge. Erstens nahm ich Blickkontakt mit dem zottelhaarigen, blonden Kerl auf, der an meine Tür rüttelte. Er sah nicht wütend aus oder betrunken oder so. Seine Augen waren tot und raubtierhaft. Während ich vor Angst erstarrte, sah er kalt aus, als hätte er so etwas schon einmal gemacht. Die anderen Jungs versuchten es an den anderen Türen, aber ich konnte den Blickkontakt zu dem Blonden nicht unterbrechen, der nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt und nur durch ein Glasfenster getrennt war. Dann sah ich endlich eine Gestalt, die sich hinter ihm in der Dunkelheit bewegte und ich hörte einen lauten Knall. Alle Jungs blieben stehen und schauten sich um und mein Held, mein Schwager, trat aus dem Schatten hervor und schließt sich von hinten an das Haus heran. Er richtete seine Waffe auf sie und sagte ihnen, sie sollten sich verpissen. Die rannten zurück zu ihrem Auto und rasten davon, wobei sie Josh und mich mit Schimpfwörtern bedachten. Als sie weg waren, rannte meine Schwester raus und brachte mich rein. Die Szene in der Einfahrt hört sich schriftlich so an, als hätte sie lange gedauert, aber in Wirklichkeit waren es nur ein paar Minuten. Deshalb und weil es so dunkel war, haben wir das Kennzeichen der Jungs nicht erkannt. Wir riefen die Polizei an und sie kamen, um unsere Aussagen aufzunehmen. Sie sagten, sie würden jemanden in der Gegend patrouillieren lassen, um nach Autos der gleichen Marke, des gleichen Modells und der gleichen Farbe Ausschau zu halten, aber dass es ohne das Nummernschild schwierig wäre, die Kerle zu fassen. Leider wurde nie etwas daraus. Die haben diese Arschlöcher nie erwischt. Ich kann mich nur fragen, was sie von mir wollten, was sie mit mir vorhatten oder was passiert wäre, wenn Josh nicht da gewesen wäre. Also an die drei Jungs, lasst uns nie wieder treffen. Der Partygast Dies geschah, als ich auf dem College war. Ich wohnte in Isla Vista, der Studentenstadt an der UCSB, die als Partyhochburg berüchtigt ist. Sie machte ihrem Ruf alle Ehre. Ich feiere gerne, aber heilige Scheiße. Diese Leute waren total durchgeknallt. Es gab viele Leute, die sich in gefährliche Situationen brachten, in denen sie zu viel tranken, nicht aufpassten, die Türen nicht abschlossen und so weiter. Es herrschte eine sehr isolierte und abgeschottete Stimmung und jeder, der sich dort auffiel und nicht im College-Alter war, wirkte sofort deplatziert und seltsam. Eines Nachts, nachdem ich ein paar Drinks getrunken hatte, kam ich gegen halb drei nach Hause in mein kleines Haus, in dem ich mit zwei anderen Mädchen wohnte. Wir waren alle Studentinnen und wenn wir feierten, war es nicht die typische UCSB-Mega-Party. Es war eher ein kleines Beisammensein mit Freunden. Oft übernachteten ein paar Leute bei uns, schliefen auf unseren Möbeln oder an unseren Betten, je nachdem. In dieser Nacht hatten meine Mitbewohnerinnen ein paar Leute zu Besuch, die ich nicht kannte und als ich nach Hause kam, sah ich, dass einer von ihnen sich dafür entschieden hatte, auf der Couch zu schlafen, da ich dort einen Schatten sah. Ich machte das Licht nicht an, um niemanden aufzuwecken. Aber als ich an der Couch vorbeiging, um in mein Schlafzimmer zu gehen, bemerkte ich, dass die Gestalt sehr steif da lag. Er hatte diese seltsame Energie. Er lag zwar, aber es war, als würde er all seine Energie darauf verwenden, so still und steif wie möglich zu liegen. Ich hielt inne und der Mann ruckte schnell mit dem Kopf zu mir, ohne seine Gliedmaßen zu bewegen, so schnell, dass ich erschrak. Ich konnte seine weit aufgerissenen Augen in der Dunkelheit Glitz ansehen. In der Annahme, dass ich ihn erschreckt hatte oder dass er betrunken war oder vielleicht auf irgendeine Art von Aufputschmitteln stand und nicht schlafen konnte, eilte ich einfach an ihm vorbei in mein Schlafzimmer und schloss die Tür ab. Der Kerl machte mich nervös und ich wollte kein Risiko eingehen. Ich schlief ein. Um halb fünf wachte ich auf. An der Tür war ein seltsames Geräusch zu hören, als ob jemand ganz leise mit den Fingern auf das Holz trommeln würde. Ich lag still und lauschte. Es gab weitere leise Geräusche, als würde jemand mit den Fingern an der Tür kratzen, die immer lauter wurden. Es ist klar war, dass er beide Hände benutzte und so schnell und so stark wie möglich kratzte. Es entstand ein extrem lautes und einschüchterndes Geräusch, das mich mit Angst erfüllte. Ich holte mein Handy und schickte meiner Mitbewohnerin eine SMS, weil ich Angst hatte, einen Laut von mir zu geben. Dein Freund macht mir Angst. Ist er zugedröhnt? Kannst du mit ihm reden? Er hämmert und kratzt an meine Tür. Sie antwortete mir nicht, wahrscheinlich weil sie schon schlief. Ich schrieb meiner anderen Mitbewohnerin eine SMS mit demselben Inhalt und deckte damit alle meine Bedürfnisse ab. Denk daran, dass das Kratzen zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Minuten andauerte. Ich habe keine Ahnung, wie er das aushalten konnte. Mit den Fingernägeln an eine Holztür zu kratzen, kann sich nicht gut anfühlen. Er hat auch nach dem Türknopf gegriffen und mit aller Kraft daran gerüttelt. Da keiner von ihnen antwortete, beschloss ich, sie anzurufen und sie wirklich aufzuwecken, obwohl ich Angst hatte, einen Laut von mir zu geben. Ich weiß, es hört sich dumm an, aber es hatte etwas wirklich Entsetzliches, so durch die Tür aufgezogen zu werden. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, aber ich wusste, dass der Kerl nicht ganz richtig im Kopf war und vielleicht die Polizei gerufen werden musste. Ich wollte meine Mitbewohner einweihen, da es einer ihrer Freunde war. Das Kratzen hörte abrupt auf und ich rief meine Mitbewohnerin an, die verschlafen antwortete. Yo, dein Freund ist total durcheinander, kannst du dich bitte darum kümmern? Müssen wir die Bullen rufen? Er macht mir ernsthaft Angst und er hat an meiner Schlafzimmertür gekratzt. Wirklich verdammt seltsam. Sie sagte mehrere Sekunden lang nichts und als sie dann sprach, klang ihre Stimme überhaupt nicht schläfrig. Welcher Freund, sagte sie. Dieser verdammte Typ, der auf der Couch geschlafen hat, sagte ich. Sie war wieder still. Wir hatten keinen Typen zu Besuch, sagte sie. Ruf die Polizei. Mein Adrenalinspiegel schoss in die Höhe und ich sagte ihr, sie solle bitte so schnell wie möglich die Schlafzimmertür abschließen. Mir fiel auf, dass ich schon eine ganze Weile kein Kratzen mehr gehört hatte und ich hatte keine Ahnung, wohin der Kerl gegangen war. Plötzlich hörte ich ein lautes Klopfen am anderen Ende des Hauses, wo sich meine Mitbewohnerin Lauren und Monica ein Schlafzimmer teilten. Nach dem Knall hörte ich die beiden vor Angst schreien. Ich rief schnell die Polizei an, als dieser Verrückte gegen die verschlossene Schlafzimmertür meiner beiden Mitbewohnerin schlug, während sie schrien. Die Heftigkeit der Schläge ließ keinen Zweifel daran, dass er versuchte, die Tür aufzubrechen. Ich hatte der Notrufzentrale die Situation geschildert und sie hatte zwei Streifenwagen geschickt. Die Polizei in Isla Vista ist normalerweise daran gewöhnt, Betrunkene vom Bürgersteig zu holen und prügelnde Studentenverbindungen aufzulösen. Das hier war wirklich ernst und seltsam und ich glaube, die Disponentin hat an meinem Tonfall gemerkt, wie verängstigt ich war und sie blieb mit mir am Telefon. Irgendwann hörte das Hämmern auf und alles war für eine Weile still. Ich sprach mit der Disponentin und schaute plötzlich nach unten, um zu sehen, dass dieser Kerl seine Finger durch den 1 Zoll Spalt zwischen meiner Tür und dem Fußboden gesteckt hatte und einfach nur damit herumfuchtelte, wobei er diese seltsamen Kno-Geräusche machte. Ich schrie auf und wich zurück, was ich in der Situation am meisten bedauere, denn wenn ich zurückblicke, wäre es so geil gewesen, diesen Fingern die Scheiße aus dem Leib zu treten und den Kerl vor Schmerzen auffallen zu hören. Als die Bullen anrückten, hörte ich das Laufen und das Geräusch unserer Glasschiebetür, die sich öffnete und schloss und dann war er weg. Die Polizisten haben ihn nie erwischt. Er war durch unsere Seitentür eingebrochen, indem er das Schloss irgendwie aufgehebelt hatte. Was mich am meisten erschreckt ist, dass ich direkt an ihm vorbeigelaufen bin. Ich habe ihm direkt ins Gesicht gesehen. Mir ist jetzt klar, dass er nicht versucht hat zu schlafen oder auf Drogen war, sondern so steif da lag, weil er sich versteckt hat. Wahrscheinlich hörte er, wie ich die Tür öffnete und erschrak, weil er nicht bemerkt hatte, dass dort noch ein Mädchen wohnte und versuchte, sich in der Dunkelheit auf der Couch zu verstecken. An den Typen im Dunkeln meiner Wohnung lass uns nie wieder treffen. Magische Pilze Ich bin in Zentral-Texas aufgewachsen. Dies geschah an einem großen See in Süd-Texas, als ich etwa 20 Jahre alt war. Meine Familie besaß eine sehr kleine Fischerhütte an diesem See. Die Hütte war sehr abgelegen. Ich und eine Gruppe von etwa fünf anderen Freunden hingen ziemlich oft in der Hütte ab. Der gesamte See war sehr groß, um die 30 Quadratmeilen, 20.000 Hektar Oberfläche. Aber unsere Hütte lag an einem Arm des Sees. In diesem Arm war das Wasser von einer Seite zur anderen etwa 1.500 Fuß breit. Wir hatten noch einen Steg, der etwa 100 Fuß weit hinausragte. Eines Morgens war ich sehr früh allein auf. Ich bemerkte eine Bewegung auf der anderen Seite des Sees. Ich hatte ein Fernglas dabei und sah es mir an. Es war eine Rikje mit ihrem Kids auf Futtersuche. Aber was war das zu ihren Füßen? Sie stand in einem Beet voller Pilze. Ein Freund hatte mir ein paar Monate zuvor zu meinem Geburtstag eine Dosis Zauberpilze geschenkt. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Auf der anderen Seite des Sees weideten Rinder, also dachte ich mir, dass auch diese Pilze magisch sein könnten. Für diejenigen, die es nicht wissen, diese speziellen Pilze wachsen auf Kudung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich paddelte mit dem Kaya grüber, pflückte ein paar, nahm sie mit nach Hause und untersuchte sie. Und als ich mir mehr als sicher war, dass es die Sorte war, die ich wollte, oder zumindest kein Gift, probierte ich sie. Dumm, ich weiß. Sie waren das einzig Wahre. Schon bald machten wir regelmäßig Ausflüge, um Pilze zu sammeln. Irgendwann hatten wir so viele, dass wir anfingen, sie an andere zu verkaufen. Nur an Freunde, Leute, denen wir vertrauten. Schließlich gingen wir jeden Freitagabend zum Sammeln, feierten das Wochenende durch und fuhren Sonntagabend nach Hause. Wir verdienten gutes Geld und hatten eine Menge Spaß dabei. Ich versuche nicht, solche Aktivitäten zu verherrlichen und tatsächlich hat ein solcher Lebensstil am Ende große Konsequenzen. Aber wir waren jung und dumm zu der Zeit. Als die Zeit verging und nichts Schlimmes passierte, fühlten wir uns immer sicherer und trafen immer weniger Vorsichtsmaßnahmen. Ich sollte erwähnen, dass dies vor einigen Jahren war und nur sehr wenige Menschen Handys hatten. Weder ich noch einer meiner Freunde besaßen eines und selbst wenn wir eines gehabt hätten, hätten wir damals draußen wahrscheinlich keinen Empfang gehabt. Ein Typ, dem wir etwas verkaufen wollten, verlangte eine große Menge. Also stiegen wir in die Kajaks und paddelten eines Nachts hinüber. Wir fingen an zu jagen. Die Ausbeute war mäßig. Ein wenig trocken, also nicht annähernd so viele, wie wir manchmal fanden. Um unseren Bestellwunsch zu erfüllen, mussten wir in ein neues Gebiet gehen. Bei unserer Anliegestelle, an der wir die Kajaks zu Wasser ließen, ging unser Seearm links noch etwa eine Meile weiter, bis es schließlich zu einem Bach wurde. Auf der rechten Seite ragte er zu einer Halbinsel heraus, die etwa eine halbe Meile lang war. Dann drehte er sich wieder an einer Bucht, wo man ihn nicht mehr sehen konnte und öffnete sich dann zum Hauptsee. Der Strand war für etwa 200 Fuß frei und dann war es sehr dichter Wald. Wir überquerten die Halbinsel, um an den Strand zu gelangen, der von ihr verdeckt wurde. In all den Monaten, die wir auf der Jagd waren, hatten wir nie jemanden an Land gesehen. Nur gelegentlich ein Fischerboot, das auslief oder einfuhr. Wir hatten den versteckten Strand etwa 40 Minuten lang abgesucht, als mein Auge eine Reflexion meiner Lampe im Wald zu meiner Linken wahrnahm. »Siehst du das?«, sagte ich zu meinem Freund. »Ja, was ist das?« Wir gingen in den Wald und fanden zwei verbeulte und stark verfallene Schulbusse. Sie sahen aus, als stünden sie schon seit Jesu Zeiten dort und der Wald war irgendwie um sie herumgewachsen. Jemand hatte einen schlechten Versuch unternommen, sie mit Sprühfarbe zu tarnen. Ich hatte ein Stück des reflektierenden Klebebands entdeckt, das überraschenderweise noch ein wenig reflektierte. Mein Herz raste und ich war in höchster Alarmbereitschaft, aber ich war auch sehr neugierig. Wir gingen hinüber und versuchten durch die Fenster zu spähen, aber wir konnten nicht viel sehen, weil der Baum saft unsere Sicht verdeckte. Zu diesem Zeitpunkt schlug mir das Herz bis zum Hals, als in unmittelbarer Nähe des zweiten Schulbusses eine dumpfe Kettensäge zu hören war. Doch schon bald fanden wir heraus, dass es sich nur um einen kleinen Dieselgenerator handelte, der in einem der Erde vergrabenen Gummibehälter steckte und sich automatisch eingeschaltet hatte. Das reichte jedoch aus, um uns davon zu überzeugen, dass dieser Ort bewohnt oder zumindest gewartet wurde. Wir beruhigten uns, lachten ein wenig und beschlossen zu gehen. Wir kehrten an den Strand zurück, überquerten die kleine Halbinsel und gingen zu dem Schilfgürtel, in dem wir unsere Boote verstaut hatten. »Hey Mann, wo ist unser Boot?«, fragte mein Freund. Ich wurde von Panik ergriffen. Er sah einen anderen Schilfgürtel am Strand und schien erleichtert zu sein, weil er dachte, dass wir die Boote vielleicht dort gelassen hatten. Aber ich habe einen bekanntlich tadellosen Orientierungssinn und wusste, dass dies die Stelle war. Er schien fest daran zu glauben, dass wir unsere Boote an der nächsten Stelle finden würden. Nur um ihm bei Laune zu halten und für den Fall, dass mein Spinnensinn heute Nacht nicht funktioniert, gingen wir zum nächsten Fleck in etwa 150 Fuß Entfernung. Keine Boote. Jetzt flippte mein Freund auch noch aus. Dann hörten wir eine körperlose Stimme, die aus der Baumreihe kam. »Ich nehme an, ihr Wichser seid hier, um mich auszurauben?« Wir schauten uns um und sahen einen Mann, Mitte 40, 1,80 groß, 80 Kilo schwer, gekleidet in Army-Kleidung und mit einer Machete und einem Knüppel in der Hand. Er ging schnell und aggressiv auf uns zu. Er rief, »Ich hab sie hier drüben, Ro.« Bald darauf erschien ein zweiter Mann. Er war 18 oder 19 Jahre alt und ebenfalls etwa 1,80 groß. Auch er trug eine Uniform. Auch er hatte eine Machete in der Hand und trug ein Schulterholz da für einen großen Revolver, in dem sich jedoch keine Waffe befand. »Was zum Teufel habt ihr vor? Wollt ihr uns beklauen?« fragte der Jüngere, während er unsere Tüte mit den Pilzen vom Boden aufhob, die wir vor Angst fallen gelassen hatten. »Nein, wir sind auf der Suche nach... Essen!« erwiderte ich. »Blödsinn, das sind Pilze!« Das mit dem Essen kauft er uns nicht ab. »Wir sollten einen Sheriff rufen, aber wir brauchen keine Schweine, die hier Wurzeln schlagen!« sagte der junge Mann. »Wir werden schon selbst damit fertig werden. Ich schätze, ihr habt gemerkt, dass eure Boote auf dem See sind.« Sie lachten beide. Sie hatten unsere Boote in den See gestoßen und die Strömung hatte sie fortgetragen, dass man nur noch einen fernen weißen Punkt sehen konnte. Wir waren beide erschrocken und sie wussten es. Zum ersten Mal konnte ich den Whisky in ihrem Atem riechen. Mein Freund wurde langsam verzweifelt. »Geld, wir können euch Geld geben. Lasst uns einfach gehen und wir bringen euch etwas Geld, sobald wir die hier losgeworden sind«, schlug er vor. Sie lachten wieder. Der Ältere begann zu reden. »Wir geben einen Scheiß auf Geld. Wir können gut für uns selbst sorgen. Wir mögen es wirklich nicht, wenn ihr die Aufmerksamkeit auf unser bescheidenes Heim hier lenkt. Ich sag euch was. Wenn einer von euch rausschwimmen kann, um die beiden Boote zu holen und sie zurückzubringen, dann lassen wir euch in Ruhe, solange ihr nicht zurückkommt. Wenn ihr nicht glaubt, dass ihr es schaffen könnt, müssen wir entscheiden, wie es weitergeht. Ich fragte meinen Freund, was er tun wolle. Wir beschlossen, dass ich schwimmen und beide Boote zurückbringen würde oder bei dem Versuch sterben würde. Das bedeutete, dass mein Freund mit den beiden allein bleiben würde und wir waren nicht sicher, ob sie sich an die Abmachung halten würden. Ich fing an zu schwimmen. Meine Arme und Beine brannten, meine Lunge spannte sich an, um genügend Sauerstoff zu produzieren. Endlich erreichte ich das Boot. Das Paddel steckte zum Glück noch drin. Ich paddelte zu dem anderen Boot und machte es fest, um es abzuschleppen. Etwa zehn Minuten waren verstrichen. Ich begann, zurück zum Strand zu paddeln. Endlich erreichte ich ihn. Der Mann sagte mir, ich solle aussteigen. Ich tat es widerwillig. Sie sagten uns, dass es nicht gut für uns ausgehen würde, wenn sie uns dort noch einmal erwischen würden. Mit unmissverständlichen Worten. Aber sie ließen uns an unsere Boote steigen und wegpaddeln. Wir bewarfen uns mit Steinen und verspotteten uns, während wir in Reichweite waren. Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass sie warten würden, bis wir tief genug im Wasser waren und dann mit dem fehlenden Revolver schießen würden. Zum Glück ist das nicht passiert. Wir paddelten weiter runter, damit sie nicht sehen konnten, zu welcher Hütte wir gingen. Offensichtlich sind wir nie zurückgegangen. Also, gruseliges Vater-Sohn-Besetzer-Duo. Ich weiß, dass das unsere Schuld war und ich übernehme die volle Verantwortung. Aber ihr seid trotzdem verdammt gruselig. Lasst uns nie wieder treffen. Der Fake Ranger Ich bin an einer kleinen Kohlestadt in den Appalachen aufgewachsen, an der Seite einer der Berge, die das Tal der Stadt begrenzen. Es war ein wunderbarer Ort für ein Kind, das sich gerne im Freien auffiel. Wir hatten keine unmittelbaren Nachbarn und riesige Waldflächen zum Spielen. Oberhalb unseres Hauses verlief ein Bergrücken entlang der Grenze zu einem Staatspark, aber alle Wanderwege und öffentlichen Bereiche befanden sich weit unten im Wald, getrennt durch einen dichten Wald und viele Verbotsschilder, sodass wir nur selten Wanderer auf unserem Grundstück hatten. Von unserem Haus aus führte eine unbefestigte Straße den Berghang hinauf bis zur Spitze des Bergrückens, wo die Überreste einer abgebrannten Hütte standen. Von dort aus konnte man dem Kamm bis zu einem flachen Gebiet folgen, das bei Dads Jagdfreunden beliebt war, von denen einer außerhalb der Saison eine Trailcam aufstellte, um die Aktivitäten der Wildtiere zu überwachen. Von dort aus konnte man den Kamm weiter hinauf zu einer Lichtung mit vielen flachen Felsbrocken und einem riesigen Strommast, auf dem man klettern konnte. Ich ging oft mit dem schwarzen Labrador der Familie dorthin und verbrachte Stunden damit, zu lesen, zu klettern und allgemein die Natur zu genießen. An einem Frühherbsttag, als ich etwa 13 Jahre alt war, machte ich mich mit einem Rucksack voller Snacks und einem Buch auf den Weg dorthin. Ich hatte darauf geachtet, die Trailcam zu meiden, da es sich um eine alte Filmkamera handelte und ich Ärger bekommen hatte, weil ich beim Herumalbern in dem Gebiet, in dem sie aufgestellt war, versehentlich ganze Filmrollen gefüllt hatte. Ich erreichte meinen Lieblingsfelsen am Rande der Lichtung in der Nähe der Stromleitungen und hatte mich gerade zum Lesen niedergelassen, als Felicia anfing, ziemlich aggressiv zu bellen und zu knurren. Zuerst beachtete ich sie gar nicht, da sie es liebte, Rehe zu jagen, aber dieses Mal sprang sie nicht in den Wald, um ihre Beute zu verfolgen. Stattdessen blieb sie neben mir stehen und knurrte etwas an, das sie in dem dichten Gewirr von Büschen und Bäumen an dem steilen Bergkern vor dem Park nicht sehen konnte. Ich hatte gelegentlich erwogen, diesen Weg in den Park hinunter zu wandern, aber es war kein leichter Weg. Das Gebiet war vor Jahren gerodet worden, um den Stromast zu errichten und an seiner Stelle war ein dichtes Gestrüpp aus Dornen und Unkraut gewachsen. Die Felsen, die sich oben auf dem Kamm gut zum Klettern eigneten, wurden an den steilen Hängen darunter zu schwierigen Hindernissen. Ganz zu schweigen davon, dass es einen viel einfacheren Zugang näher am Parkingang gab. Dieser Weg führte hinunter in ein unbebautes Gebiet im hintersten Teil des Campingplatzes, das für Autos und Wanderer nicht leicht zugänglich war. Daher war ich überrascht, als ich einen Mann sah, der sich aus dieser Richtung durch das Gestrüpp kämpfte. Nervös rief ich Hallo und packte Felicia am Kragen. Sie neigte dazu, Menschen anzuspringen, wenn sie aufgeregt war und ich wollte nicht, dass sie in den Berg hinunter stürzte. Der Mann lächelte, befreite sich aus den Dornen und machte sich auf den Weg den Berg hinauf zum Fuß meines Felsens. Ich weiß nicht, ob es an Felicias Reaktion auf ihn lag. Sie knurrte und blieb an mir kleben, anstatt zu bellen und sich auf ihn zu stürzen oder an dem ziemlich abgelegenen und unwegsamen Weg, von dem er gekommen war. Aber seine Anwesenheit machte mich unruhig. Er schien normal und freundlich genug zu sein. Er war wahrscheinlich Mitte bis Ende 20, durchschnittlich groß und sah eher unauffällig aus. Er hatte weder Rucksack noch Proviant dabei, aber er war so gekleidet, wie es sich für einen Wanderer gehört. Es gefiel mir nicht, wie er mich ansah, obwohl ich in meinem jungen Alter nicht wusste, warum ich das beunruhigte. Jetzt, als erwachsene Frau, kann ich zurückblicken und erkennen, dass er mich abschätzte. Seinem Lächeln nach zu urteilen schien er mit dem, was er sah, zufrieden zu sein. Hallo du, wo kommst du denn her? Er hatte keinen Spur eines Akzents, was mir seltsam vorkam. Unsere Gegend hat einen ziemlich starken regionalen Akzent und wir haben nicht viele Fremde. Ich wohn gleich den Hügel hinunter, ich will mit meinem Hund wandern. Sie scheint ein netter Hund zu sein, sagte er ohne jede Ironie. Verlöscher knurrte und vibrierte vor Bosheit, aber das schien ihm nicht zu stören. Du solltest sie allerdings an die Leine nehmen, wir wollen doch keinen Ärger mit dem Park bekommen. Wir nehmen sie an die Leine, wenn wir im Park sind, aber dieser Teil ist unser Eigentum. Keine Reaktion, als er erfuhr, dass er im Grunde genommen unbefugt eingedrungen war. Trotzdem, du weißt nicht, wem du hier oben begegnen könntest. Niemand aus dem Park kommt hier herauf, sagte ich ihm. Ich war zwar etwas unhöflich, aber ich ärgerte mich darüber, dass mir ein Fremder auf meinem Grundstück vorschrieb, was ich mit meinem Hund zu tun hatte. Ich komme aus dem Park, sagte er und grinste immer noch. Ich bin einer der Ranger und wollte mir das Grundstück ansehen. Was hättest du getan, wenn sie mich angegriffen hätte? Du könntest großen Ärger bekommen. Bei diesem Satz wurde mir sofort kalt. Wir hatten nur einen Ranger und der war ein enger Freund der Familie. Dieser Typ war definitiv nicht er, aber ich hatte Angst, mir anmerken zu lassen, dass ich wusste, dass er lügt, also kramte ich völlig aus Leine hervor und schnallte sie an. Dann stand ich auf und schnallte meinen Rucksack auf. Tut mir leid, wir lassen dich jetzt weiter wandern. Ich muss nach Hause. Wissen deine Eltern, dass du hier oben bist? Oh ja, sie erwarten mich bald zu Hause. Kommen sie oft hier hoch? Papa schon. Er kommt herauf, um die Überwachungskameras zu überprüfen. Ich improvisierte aus einer Laune heraus. Das war das erste Mal, dass ich das Lächeln des freundlichen Fremden schwanken sah. Überwachungskameras? Ja, hier oben gibt es viele. Er und seine Freunde gingen gern auf die Jagd. Das Lächeln kehrte zurück, aber dieses Mal war es kalt. Nun, das hier wäre ein ausgezeichnetes Jagdrevier. Er machte einen Schritt auf mich zu und Felicia stürzte sich auf mich und riss mir fast die Leine aus der Hand. Ich konnte sie gerade noch rechtzeitig zurückziehen, um zu verhindern, dass sie dem Mann das Lächeln aus dem Gesicht riss. Er hat nicht einmal gezuckt. Du solltest zurückgehen. Halt die Leine gut fest. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier oben. Ja, vielleicht, sagte ich, während ich mir insgeheim dachte, dass ich nie wieder einen Fuß in den Wald setzen würde. Also, tschüss. Schnell schleppte ich Felicia weg, wobei ich ab und zu über die Schulter zurückblickte. Er blieb regungslos an der Stelle, wo ich ihn zurückgelassen hatte und starrte mir mit demselben verdammten Lächeln nach. Als er außer Sichtweite war, bestäunigte ich das Tempo. Felicia knurrte ein paar Mal über ihre Schulter und gelegentlich hörte ich Esther hinter mir knacken, aber als ich mich umdrehte, sah ich keine Spur von ihm. Ich lief quer über die Lichtung mit der Kamera und machte mir nicht die Mühe, ihr auszuweichen, weil ich es eilig hatte, dem Fremden zu entkommen. Als wir die Straße erreichten, die nach Hause führte, löste ich Felicia von ihrer Leine und begann zu joggen. Sie blieb an meiner Seite, bis ich nach Hause kam. Meinen Eltern gegenüber erwähnte ich den fremden Mann zunächst nicht. Sie waren misstrauisch, wenn ich allein wanderte und ich wollte nicht, dass sie es mir verbieten. Als ich zu Hause ankam, war ich außerdem überzeugt, dass ich überreagiert hatte. Wahrscheinlich war er nur ein Wanderer und hatte sich das mit dem Ranger nur ausgedacht, um mich zu verarschen, weil ich ihm das Leben schwer gemacht hatte. Trotzdem bin ich in dieser Woche nicht mehr auf den Kamin aufgewandert und habe mich stattdessen in den Wäldern unterhalb meines Hauses aufgehalten. Am Ende der Woche kam ich von der Schule nach Hause und sah meinen verärgerten Vater, der wissen wollte, ob ich an der Kamera herumgepfuscht hatte. Sein Kumpel war gekommen, um den Film zu holen und hatte entdeckt, dass die Kamera ausgeschaltet worden war, nachdem nur ein paar Bilder aufgenommen worden waren. Zuerst hatte ich nur Angst, Ärger zu bekommen und beteuerte verzweifelt meine Unschuld. Doch dann erinnerte ich mich an den Fremden. Nachdem ich Papa von ihm erzählt hatte, rief er den Parkwächter an, um zu fragen, ob es einen neuen Wächter gäbe, von dem wir nichts wüssten. Der Ranger verneinte, aber nachdem er meine Geschichte gehört hatte, erzählte er Dad, dass der Campingplatz am Wochenende zuvor einen Ausländer erwischt hatte, der in einem nicht genehmigten Bereich hinter dem Campingplatz übernachtet hatte. Er nahm an, dass der Mann nur versucht hatte, die Campinggebühr zu umgehen. Ein junger Mann, sagten sie, durchschnittlich aussehend. Er war sehr freundlich, entschuldigte sich für seinen angeblichen Fehler und verschwand. Kurz darauf hörten wir von Dads Kumpel mit der Trailcam. Er hatte die Rolle entwickeln lassen, obwohl nur ein paar Bilder voll waren. Das letzte war von mir und Felicia, die über die Lichtung rannten. Gott sei Dank hatte ich dem Fremden gesagt, dass es mehrere Kameras gab. Ich nehme an, er hat aufgegeben, als er die andere nicht mehr finden konnte. Meine Eltern sind inzwischen in eine gemütliche kleine Nachbarschaft unten im Tal gezogen und ich bin aus der Stadt weggezogen. Im Garten meiner Eltern am Flussufer befindet sich ein mit Osterlilien bewachsener Hügel, der für Lichas letzte Ruhestätte markiert. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist nach dem Verkauf baufällig geworden und schließlich abgebrannt. Heute wohnt niemand mehr auf dem Grundstück, aber die Lichtung oben ist immer noch bei Jägern beliebt. Wenn ich in den Ferien zu Hause bin, wandere ich immer noch gerne auf den Kam hinauf. Ich winke allen Trailcamps zu und nehme immer einen Hund mit, aber an den merkwürdigen Mann, den ich nie wieder gesehen habe, lass uns nie wieder treffen. Ich bin mit Osterlilien, ich bin Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.